aufwärmphase vier minuten nichts aufwärmphase wir sind direkt drin hallo freunde der sonne da bin ich wieder mit counter strike und dennis denn es steht denn es denn es ist hier steht da rum mit seiner hässlichen arfe so wir spielen counter strike go warum ich bock haben ganz einfach also war es mal so um mein skills ein bisschen einzuschätzen zu 80 prozent bin ich immer auf platz 1 in der gruppe im team also man kann eigentlich gutes von mir erwarten sacht er genau aber genau das weiß man erst dann wenn man es gesehen hat also lasst euch überraschen das vergesst dass sie das sieht dass sie besser davon ja ich habe am ct-spaw gestanden ja durch die wand die motherfucker schmeißt die waffen alle wieder weg du bist ein dödel ich glaube das wird nicht gut ja du müsstest mal laufen du bloß mich ja ich bin ganz vorne schon hier war es nicht was die auch vor mir was der dritte ich war der vierte so jetzt aber an egal habe ich nicht gesagt wenn ich immer so viele köpfe hier mit rumspringen würden und die ich hier fast mit wegschieße ja ich habe ein paar skins weil ich gut bin ja ist klar sagen wir nicht wie du ausgegeben hast ja ne das sage ich nicht ich glaube wir sind im arsch stellen und dann gucken wir wir werden das machen wir werden das machen wir werden das machen der terrorist gewinnen ich bin alive ich bin alive wo lang ja ja hab ich die bombe nein B-Rush von mir aus rasch doch was er wollte we will defeat the mercenaries flashback also hier war keiner weg 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 oh schieße ich knall hier natürlich nur meine eigenen leute hier mit der granate ich verstehe ich verstehe halt immer nicht wie einer durch die tür gucken kann und nicht sieht dass da äh ja lol schön mich geflasht dankeschön ich hätte den smoke geworfen Achtung oben ist einer oben war einer scheiß smoke alter Fick hier immer diese piss flash dreck schmeißt es immer mir vor die fresse das war nicht mehr normal ja ich bin totaler anfänger kann ich euch jetzt schon sagen ich würde jetzt zum beispiel den element hier voll durch die arme durchrennen nein natürlich nicht ah lang schmeiß doch endlich 1 2 flash bin geflasht oh fuck so ich hab schon 2 weg geholt das wüsste aber mal selber zu sehen da kommt einer durch der ist tot der ist tot noch 8 AP alter hey lol der hat mich gerade reingemorknert oder so ahjaa also bis auf messer skins hab ich so ziemlich alles mit skin belegt mhm mhm billwash i'm throwing smoke throwing fire i'm throwing a grenade throwing a flashback grenade war keine gute idee pst pst mal kurz den 2 ja ich sehs mal kurz ja ich sehs mal kurz scheint down zu sein Wo ist die Bombe? Hinter mir Leg die scheiß Bombe Ja Ja B war schlechte Idee Ja, wieder Akkruz machen Oh, Awe Da war eine Awe Sie selber nicht mehr Man hat da immer so viele Köpfe hier zwischenrennen müssen Okay, 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 okay Geh doch weg, Mann Ey, du bist ein Honk, ey Ist mir doch egal, wenn da noch einer Was, wieso, der war tot, der war nicht tot Nein, war er nicht, dann wäre ich Runde zu Ende gewesen Was, B-Rush Allesamt Blending Smoke Bomb has been planted Was macht ihr denn da? Ja, egal Ja, willst du den noch um? Ja, hinten bei den Katakonden Ach, heute war ich aber eben Angst Dachte, jetzt holt's mich Wie lang? Mir egal Wenn dir keiner was sagt, dann geh ich da lang Oh, die gehen B, glaub ich Können sie ja Oh, die schießt ihn da durch Ja, lol, was ist denn los mit euch? Die sind ja gekommen Mann, ey, Leute Alle sagen B und rennen mir hinterher Das ist heftig, Mann Ja, genau Und so verliert man Unten kommt er lang Jetzt kommt er hoch Mein Gott, du kannst dir denn sogar in der Aufnahme Kannst du dir denn anhören, was ich alles gehört habe? Echt? Natürlich Cool Wir wollen schon wieder einen rauswerfen Wolltest du sie haben? Was? Nee, wir haben die starben, nö Wir gehen B Wir gehen la B Let's go Ach, short Alle GB Woll nix Warte, lass mich vor Genau Man, wer macht denn sowas? Vollidiot Ey, schmeiß mir die genau vor die Lunte Oh, da kommen sie schon Ja, dein Licht Da ist schon einer drin In dem Ding Mann, ey Ihr hängt ja auch alle davor rum, ey Ja, und ich krieg's ab Fickt euch, Mann Fickt euch Loll, da oben ist einer Mann, was ist denn bloß los mit euch? Drei hängen in diesen Scheißgang und gucken da rein, weißt du? Ich krieg's ab Dann will ich rausgehen und krieg von oben in die Fresse Ist doch nicht normal Vollidioten Pissrotze-Team Ja, und so reg ich mich auf, Leute So regt sich ein echter Cliff auf Ich mein, wir gewinnen, aber Es muss doch nicht unter den Umständen sein, dass ich sterbe, oder? Oder bin ich hier Der, der verrecken muss dafür, dass das Team gewinnt, oder was? B? Gut, dann geh ich A Nein Hat gerade einer Mit der Waffe hoch runtergetippt, wo du gerade gesagt hast, du musst dich hier immer verrecken So ein Spaß Boah, ja, ey Schmeißt du mir seine Scheißgranate an den Kopf, dieses ekelhafte Stück Scheiße Ja, fick dich doch Der ist fast tot Kann doch mal einer oben reingucken von euch Idioten? Ey, unglaublich Ja, die Rotzaka würde ich auch liegen lassen Oh Ja, in die Richtung brauchst du gar nicht gucken, weil du schießt den Typen da in den Kopf Weil der springt nach links und rechts, wenn du schießen willst Da siehst du, jetzt ist er nach links gerannt Und das macht er ständig Der stellt sich irgendwo hin und rennt er links, rechts, links, rechts Und du denkst so, yeah, geil, alter, du kannst schießen, wunderbar Läuft Ein Honk, alter Warte, ein A-Codes, von mir aus Lol, jetzt werde ich hier auch noch vom Thron gestoßen Weil ich hier ständig gekillt werde von diesen Kannst mich mal Ja, geil, alter, kriege ich schon wieder meinen eigenen Flash ab von meinen Kollegen Ja, kommt einer auch lang Kurz kommt einer Kurz kommen zwei Geht doch mal weg Ey, was man mir immer den Weg zustellen muss Hinter uns kommt einer Nicht hinrennen Das ist ja nicht du Was macht denn der andere? Boah, jetzt sehe ich gar nicht mehr Mann, ey Ja, dann muss er sich jetzt aber ranhalten Geil Ja, er defused Er defused, Junge Oh, Mann, ey Ich hasse solche Pisser, Mann Ey Mann, es gibt's nicht Richtig, warum du gekriegst Hä? Ja Ja, sie haben halt die Bambel zugeschmissen Wohin? Ich gehe irgendwo hin, wo kein Idiot hinrennt Lol, hat er mich aber schön von mir abgeguckt Achtung, hier kommen wir jetzt ums Eck Komm nicht Wir gehen A-Lang durch Alle? Äh, drei Und die Gegner Okay A-Lang Mann, ey Jetzt haut doch mal den Typen weg Der steht da in der Mitte Was ist denn los mit euch? Ey, warum haben wir denn Zwei A-A-B-E-S Zweimal eine A-B-E-P Ist doch ekelhaft, Leute I am blending the bomb Grenade Was ist er für ein Freiheitskämpfer, ey? Terrorists win Hier sehen wir, schmeiß ich aber Harakiri mäßig hier selber die Flash in die Fresse und rennt los Da kennt er nix Oh, das können nur die Ja, ja, geht ihr mal B B klingt nach Tod Höll Lass mich mal vor Und schmeiß mir bitte keine Granate an den Kopf Nö, nö Ich schmeiß mir die Granate in ein Keine Ansicht Um das Eck steht einer Stand einer Bleib weg da Ja Bist du der Liederne? Achso In grün Guck, guck, guck in die Hand Wie er da rumrennt Viele leben noch einer Lol So, wird die alle weg Ja, genau Dann kann man es natürlich machen, ja Läuft Läuft Komm Guck mal hier wieder lang Ich schreibe ein Flashback Ich schreibe eine Granate Ich schreibe eine Granate Schreibe I am planting the bomb Bomb has been planted Terrorists win Terrorists win Oh, war krass Oh, war krass We will drive them from our lands Scheiße Rechts um die Ecke seiner Aber nur einer Nur ein einziger Wer kommt denn hoch Lol, ey Autosniper und Ed Und lässt sich von der Granate wegfraggen, ey Von der eigenen Granate Ich war verrückt An hinten Ich bedenke mal lila bis zu, welche Farbe hast du denn nur? Ich bin grün Ich schweiß den eigenen Kollegen Granate vom Kopf So, ich gehe short We will defeat the mercenaries Loll, da steht ja nur einer, ey Leute Hat er ihn? Hat er ihn? Oh, ich gehe Lauf! Schaffen wir nicht mehr. Ich hab den Typ noch ständig in den Arm geschossen, er wollte nicht sterben, man. Er wollte einfach nicht krepieren, die dumme Mist-Sau. Was? Lebende Bombe? Achso, legende Bombe. Ich vermute, die kommen kurz. Sag's doch gut. Let's move out! Ist mir scheißegal, was der Typ sagt. A lang? Ah, lang kommt nix. Ne. Ah! Ah, cool, ich war noch was. Hast du davon, du Drecksau? Da liegt, glaub ich, die Bombe, ja. Ja. Du mieser! Der hat zerrebt. So, das ist mein Lieblings-Kid. Geh, du mal nach oben. Oh, ah, kurz. Komm mal. Ja, ist klar. Jawoll, in den Kopf mit der Pistole, du Hund. Ist klar. Und B und A lang auch. Ich mein, äh, wenn sie schon merken, dass wir da weggeholzt werden, wie sonst was, ja? Warum, äh, kommen die nicht? Versteh ich nicht. Mit meiner Waffe. Alle tot? Ne, einer lebt noch. Kommt links. Hinter dir. Oh, der hat nen Diffuser. Cool. Er hat nen Diffuse-Kid! Ne, der hat nen Diffus. Ehh. Ja, und Keeee-K! Bin eh, aber auch n tut. Oder, was hat er denn? Steilungsrunde, sagst du? Let's go! Man, steh mir doch nicht mehr im Weg, du Idiot! Aber immer für sieben Tage ist er gebannt. Ho, ho! Die sind nur noch zu dritt Jetzt mal B Ich hör hier aber bei A was rumballern, schaut Echt? Ja, kann auch mal sein, dass jetzt einer von uns ist Nee, ist das nicht, hört sich an wie unsere Waffen Bombe liegt B Wo ist er? Bei B, da hinten Im Spawn von denen noch Offensichtlich, ja Huch Hau mal, mein Mausperl wieder an Oh, wie er sich wecknig anlässt von dem Hat sich da in die Kante verschickt Lol, wie er nichts gekriegt Gibt's doch nicht Ja Leute, ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja, Daumen hoch Kommentieren nicht vergessen Abonnieren nicht vergessen Dann seid ihr dabei, wenn hier was Neues kommt Also bis dann, tschüss